Musik Musik könnte aus uns Freunde machen. Anna, diese beiden Kinder sind Juden. Der Umgang mit ihnen ist nicht gut für dich. Musik Das bedeutet, dass wir jetzt Bruder und Schwester sind. Für immer. Die deutsche Luftwaffe bombardiert russische Armeestellungen. Das kleine jüdische Wunderkind. Warum ist Anna jetzt unser Feind? Weil Erwachsene einfach dumm sind. Die jüdische Ruhe! Großvater! Wenn die beiden Judenkinder ein fehlerfreies Konzert abliefern, dann werde ich mich dafür einsetzen, dass sie aus kulturellen Gründen am Leben bleiben. Sie wollen die Kinder um ihr Leben spielen lassen. Hör mit deinem Herzen und konzentriere dich auf deine Musik. Aber mein Herz hat doch keine Ohren. Aber eine Seele. Du musst immer für deine Musik leben. Egal was passiert. Komm runter! Für immer. Untertitelung des ZDF, 2020